Hallo, LibreOffice, Einführung in Writer, Rechtschreib- und Grammatikprüfung. Writer bietet eine Rechtschreibprüfung, die auf zwei verschiedene Arten genutzt werden kann. Voraussetzung dafür ist ein Wörterbuch, das man auf dieser Seite herunterladen kann, für German zum Beispiel, und diese Erweiterung kann man dann unter Extras, Extension Manager installieren. Und hier ist schon das deutsche Wörterbuch. Die automatische Rechtschreibprüfung überprüft jedes Wort während der Eingabe und markiert alle fehlerhaft geschriebenen Wörter mit einer roten Wellenlinie. Sobald das Wort verbessert wurde, verschwindet die rote Wellenlinie. Die automatische Prüfung kann man auch deaktivieren. Um eine manuelle Überprüfung der Rechtschreibung zu starten, klicken Sie bitte auf das Icon für die Rechtschreibprüfung. Das ist hier F7. Dies überprüft das gesamte Dokument oder die vorher von Ihnen festgelegte Auswahl und öffnet den Dialog Rechtschreibung und Grammatik. Falls falsch geschriebene Wörter gefunden werden, haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre Korrekturen einzugeben. Andernfalls wird der Dialog geschlossen, sobald Sie die Meldung, die Rechtschreibung ist beendet, mit OK bestätigt haben. Die Rechtschreibprüfung bietet noch einige weitere Möglichkeiten. Führen Sie einen Rechtsklick auf ein mit einer roten Wellenlinie markiertes Wort aus, um Korrekturvorschläge zu erhalten. Wenn Sie ein Wort aus der Vorschlagliste für die Korrektur auswählen, dann ersetzt dieses das Wort in Ihrem Text. Sie können die Sprache des verwendeten Wörterbuchs im Dialog zur Rechtschreibung und Grammatik ändern. Sie können ein Wort zum Wörterbuch hinzufügen. Klicken Sie auf Hinzufügen im Dialog Rechtschreibung und Grammatik und wählen Sie das zu verwendende Wörterbuch aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen im Dialog zur Rechtschreibprüfung und Grammatik. Dies öffnet ein Dialog ähnlich dem Menüpunkt Extras, Optionen, Spracheinstellungen, Linguistik. Hier können Sie auswählen, ob Wörter in Großbuchstaben oder Wörter, die Zahlen enthalten, überprüft werden sollen. Hier können Sie auch Ihre eigenen Wörterbücher verwalten, zum Beispiel Löschen hinzufügen eines neuen Wörterbuches oder Wörter in einem Wörterbuch Löschen hinzufügen. Wörter bringt in der Standardinstallation keine Grammatikprüfung mit. Sie können aber eine Extension, wie zum Beispiel Language Tool, installieren. Tschau und viel Glück!